Guten Morgen und Willkommen. Ich heiße Herr Blur. Wie heißt du? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Hallo und wie geht's? Willkommen in meinem Garten. Wir sind hier mitten in der Coronavirus-Krise. Ich bin zu Hause, in meinem Garten. Ich bin nicht in der Schule. Ich arbeite nicht. Und wie geht's dir in dieser Krise? Geht's dir gut? Geht's dir nicht so gut? Wie fühlst du dich? Was machst du während dieser Krise? Was kannst du machen? Was darfst du machen? Was darfst du nicht machen? Was machst du normalerweise? Und was machst du jetzt? Was vermisst du in der Krise? Es ist eine schwierige, komische, aber interessante Zeit. Was machst du? Wie geht's? Wie ist das Leben in der Krise? Wie ist das Leben für dich? Wie ist das Leben anders? Zum Beispiel, normalerweise singe ich jeden Montag in einem Chor. Ich singe la 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 in einem Chor. Aber jetzt singe ich nicht in einem Chor. Ich vermisse meinen Chor. Ich muss alleine singen in der Dusche. Halleluja! Halleluja! Was vermisst du momentan? Ich vermisse meine Freunde. Normalerweise sehe ich jeden Tag meine Freunde. Ich besuche meine Freunde jeden Tag. Ich vermisse meine Freunde. Das sind meine Coronavirus-Freunde. Ich sage Hallo. Hallo. Normalerweise fahre ich sehr oft nach Deutschland. Aber in dem Coronavirus fahre ich nicht nach Deutschland. Ich vermisse Deutschland. Ich vermisse meine Familie in Deutschland. Das sind meine Schwiegereltern in Deutschland. Das ist der Vater meiner Frau. Und das ist die Mutter meiner Frau. Anna und Rudolf. Ich vermisse meine Familie in Deutschland. Ich sehe sehr gerne Fußball. Und ich vermisse im Moment Fußball. Ich vermisse die Bundesliga in Deutschland. Ich bin BVB, Dortmund-Fan. Ich vermisse Fußball. Normalerweise im Sommer gehe ich sehr gern in den Biergarten. Aber jetzt gehe ich nicht in den Biergarten. Ich vermisse den Biergarten. Ich trinke Bier in meinem Garten zu Hause. Aber ich vermisse den Biergarten. Normalerweise fahre ich jedes Jahr im Sommer nach Italien. Ich liebe Italien. Aber dieses Jahr in der Corona-Krise fahre ich nicht nach Italien. Ich vermisse Italien. Ich vermisse meine Freunde in Italien. Das sind meine Freunde in Italien. Ich vermisse meine Freunde in Italien. Ich vermisse meinen besten Freund Michelangelo in Italien. Normalerweise gehe ich zum Strand und fahre Kajak auf dem Meer. Aber ich kann nicht Kajak fahren. Mein Kajak ist am Strand. Ich darf nicht zum Strand gehen. Ich habe kein Kajak. Ich muss im Garten Kajak fahren. Das ist aber doof. Was ich aber in der Krise nicht vermisse, ist zum Beispiel ein Stress in der Schule. Ich sitze in meinem Garten. Ich bin sehr entspannt. Es geht mir gut. Ich vermisse den Stress in der Schule nicht. Ich vermisse auch den Lärm nicht. Den Lärm von der Straße, die Autos zum Beispiel. Es ist momentan jetzt sehr, sehr ruhig hier. Hör mal. Es ist sehr ruhig hier. Das ist schön. Ich vermisse den Lärm nicht. Ich vermisse den Stress nicht. Was machst du anders in der Krise? Zum Beispiel, ich sitze jeden Tag in meinem Garten. Normalerweise sitze ich nicht so oft in meinem Garten. Ich muss jeden Tag arbeiten. Ich muss jeden Tag in die Schule gehen. Ich habe viel Stress. Jetzt sitze ich jeden Tag in meinem Garten. Ich gehe jeden Tag spazieren mit meiner Familie. Spazieren ist schön. Während der Krise, während der Corona-Krise, lese ich auch sehr viele Bücher. Ich lese sehr viel. Ich habe viel Zeit zum Lesen. Ich lese auch sehr viele Karten, Wanderkarten. Ich sitze und ich träume. Ich plane. Ich plane meine Wanderungen. Ich plane Radtoren in Deutschland, in Österreich, in Italien. Und ich träume. Ich fahre sehr oft Rad. Normalerweise habe ich keine Zeit. Jetzt fahre ich zwei, drei, vier Mal die Woche Rad. Ich fahre jeden Tag Rad. Ich fahre ich zwei, drei, vier Mal die Woche. Das ist mein Campingbus. Ich liebe meinen Campingbus. Ich fahre sehr gern mit meinem Campingbus weg. Aber ich darf nicht wegfahren. Ich muss hier bleiben. Der Campingbus muss vor meinem Haus bleiben. Ich muss hier bleiben. Ich vermisse meinen Campingbus. Aber ich schlafe manchmal in meinem Campingbus im Garten. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Vielen Dank.